Jaaa! Was? Oh cool! Also, wer nicht hört, dem wird einer gepaddelt! Wer lacht, wird auch einer gepaddelt! Das hat weh! Ich sag nichts! Also an deiner Stelle würde ich mich heilen! Echt? Ist da noch ein Medikit übrig? Nein, aber... Es ist dürftig und es ist immerhin schon das Finale! Wenn man es so will! Okay! Peter! Army is still in the Riverside, waiting for you at the depot! You finish the truck! Gary! Peter! Peter! Peter Griffin! Go, 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 go! Peter! 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 Ah, das interessiert mich nicht, ob du auf meiner Seite bist! Sollte es auch mal! Ah... Okay... Hehehe! Diese Zombies versprühen Lebensenergie! So schnell wie ich laufe! Exactly! Lebensenergie. Warte, schmeiß sie! Warte, schmeiß! Ja! Komm! Molotow-Cocktail! Ich muss den Molotow-Cocktail! Oh mein Gott! Da ist so, ey, wie heißt der gleich nochmal? Kommt hinter! Kommt hinter! Genau, ja, der ist irgendwie in einem Haus da drin gewesen. Sag dir fünfmal, kommt hinter! Wo müssen wir hin? Alex, vor dir ist ein Auto mit Alarmanlage. Ich sag's dir. Gehe, wenn! So, jetzt können sie schauen, wie sie da durchkommen. Ich wünsche ein großes Bier. So, ein schönes großes Bier und einen schönen Bräuler mit Beilauchen. Oh fuck! Alter, ernsthaft! Ich hätte das Video nie anschauen sollen. Oder! Okay, okay, weiter! Okay, okay, okay! Okay, okay! Okay, okay! Ruhig, ruhig! Scheiße! Ich denk grad an den Kerl, den das Lied singt! Stopp! Reiner! Heißt! Ja, Bongo! Komm her! Ja! Kommt! Weiter! Witch! Lampenhaus! Wo? Wo ist denn Witch? Ich hör sie! Ich hör sie doch bloß! Ich hör sie doch bloß! Da vorne sitzt sie! Weder anschließen noch aufleuchten! Taschenlampe aus! Anleuchten reicht, um sie aufzuschrecken! Äh, nein, haupt schon nix mehr! Äh, sie steht auf! Ah, komm schon! Ja, sie stand auf, weil irgendjemand die Kochklappe anhatte! Ich haupt's aus! Komm mit dir! Ich haupt's versucht mit der Shotgun! Da reicht normalerweise ein Schuss in den Kopf! Aber ich hab leider wohl daneben getroffen! Ich wollte die pillen! Egal! Okay, Mox is home! Ich bin eh, also! Nein, egal! Ähm! Ah, Taschenlampe an! Da drin ist ein Brecheisen! Will wir ein Brecheisen? Nope! Ich heim mich grad mal! Was ist denn da irgendwo? Ah, was? Wreckt man in der Kopf? Ah, oh Gott! Ist irgendwas falsch bei mir? Okay, das ist immer der kurzzeitige Schock, wenn so ein etwas größerer Gegner kommt! Hm, Jogi! Oh Gott, der hat nen Buckel! Ha, 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 ha! Louis! Äh, da oben ist der komische, äh, ja! Aua! Wo ist der Buma? Aua! Ah! Louis, Louis! Oh mein Gott, was ist das? Ja, das ist jetzt irgendwie unfassbar! Vorteilhaft da herrinnen! Ich hab' die Schnauze mit dem Manu noch, oh krapf! Hier liegt noch Molli drin, wir nehmen! Stirb! 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 Ja! Das war jetzt nicht so schön! Louis! Louis! Nix drin! Louis! Was? Mom! Mom! Was? Hi! Hi! Ihr seid so wendert! Was war halt das? Okay! Ganz ehrlich, Alex, du hattest gerade, äh, im entferntesten irgendwas mit Let for that zu tun? Ja, der, äh, äh, what he is, Louis, oder? Egal! Der Manu, wenn dann aber, ja! Ja! Na, manu ist der, 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 Farben, ne! Ja! Warum haben, was bin ich, der Farben? Ich bin der, Farben, ne! Damit sie auch mal die Front sehen! Ja! Vorne ist der, Farben, ne! Farben, ne! Farben, ne! Der maximal pigmentiert, ich sag's halt politisch korrekt! Brazos! Brazos! Oh, sonne! Der soll zeig die gegenseitigen Schnetzeln! Oh, tschuldigung! Wenn wir heruntersprechen! Du, Gang, du, ist der, um! Hörsa! Draufbolzen! Boi! Draufholzen! Holzen! Komm's weiter! So! Ja, Achtung mal auf mich schießt! Frische Waffen! Ja, hinter uns! Ja, hinter uns! Ja, brauche ich mich zu tun! Jetzt schickern wir das Finale! Also, jetzt geht's richtig rund! AK-47! Yeah! Wann so! Im Flug getötet! Ja, Mann! Ach, ist das das mit dem Scheinwerfer, mit den Maschinen? Ach, ist das das mit dem Scheinwerfer, mit den Maschinen? Ja! Wann so! Ganz genau! Oh, Mist! Auch schon mal gespielt! Ja! So, dann starte ich mal den Generator! Oder gibt's hier noch irgendwo... Benzinkanister? Oder Probangas? Was ist Fratschkin? Maximale Frameanzahl habe ich eingestellt! 30! Oh! Zeig's jetzt grad an! 60 FPS! Tja! Ich hab auch 90 und... Wie viel hast du? Alex! 90! Okay! Matze, starte das Wind! Dritten ist ein Baseballschläger, falls irgendwie jemand den braucht! Starte ich den Generator jetzt! Okay! Ich wirf da jetzt mal so'n Tank her! Ich will mir noch'n Tank von oben! Ich stell' mich auf die Treppe da rauf! Fuck man! Ich hab' gerade gelesen, Hitler naht, verteidigt euch! Hahaha! Nicht so ganz! Ich schware! Nein, nein, nein! Jockey auf mir! Go, go! Ah, ernsthaft! Muss das sein! Ist bitte ein Jockey bei mir! Hilfe! Danke! Bitte! Ah, warum was geht denn mit Jockey? Oha! Was schreit die da rum? Du bist ja rauf gekommen! Oh nein! So einer, was hier rum springt! So einer, was hier rum springt! Wie heißen die? Jockey, Hunter! Jockey! Genau, Jockey! Nein, das ist ein Hunter! Oh, fuck man! Der ging in die Wand gesprungen und gestorrt! Okay, hat komisch ausgeschaut bestimmt! Ja, hat's auch! Jetzt muss ich ein Video anschauen! Ich hab's nah drauf! Überzieher scha-ja, Alex! Was ist mit der hier? Jawoll! Jawoll! Ist tot! Tot! Hier gibt's nur kurz eine halbe Stunde drauf! Warten killen wieder! Tja! Passiert! Ich muss ein Jockey bei mir! Ich muss ein Jockey bei mir! Ich schmeiß' da mal so'n Ding! Weil die regnet die Jockey! Ah, verdammt! Jockey auf mir! Ich hasse diese Dinge! Hilfe! Aw, Gott! Spank! Wo? Bei mir, bei mir! Ich weiß' das nicht, aber ich höre ihn! Oh my god! Irgendwo ist noch Hunter und Smoker! Oh my god! Auf! das war knapp ich kenne absolut egal wer den ist Boomer Ok aber wie langsam denn noch dann kam er eine Raubombe geworfen und und also also er hat er 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 dort hat meine Emotionen geklärt das ist nicht gut ein auch der oder ich will einfach meine Emotionen davon ja auch oder so halte ich mal noch mal ohne ein Handler aber weg okay nach ja und jetzt seit dieser Aufnahme spackt mein Charakter auch eine schöne oder so oder so Prozent 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 zweck Prozent Prozent ich halte ich mal mit mir mit ist der war unnötig halt wenn mich die Typen vom Leib komm ich geh auf Alex eh ach komm fuck man ist weg Hör auf damit! Neuer Tank! Nächster Tank! Wo? Ah! Neben mir! Smoker ist tot! So, ich weiß nicht, ob ich die Robobo geworben habe! Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Dank down! Wunderbar! Gut, dass ich gekommen bin! Jockey! Oh Gott! Ernsthaft! Der Dritte! Wo ist er? Wir kommen jetzt rein in den Wagen! Ihr lebt es unten! Rein in den Scheiß-Truck! Genau! Rein in den Scheiß-Truck! Scheiß-Truck! Bist du Deppe? Ah, klasse Leute! Oh, das ist bestimmt lustig! Ja! Okay, okay, so! Die Überlebenden konnten fliehen! Dam, dam, dam! Ja, diesmal sogar ohne Todesfälle! Jawoll! Yeah! Ja! Das war auch schon wieder Crash-Tour! Okay, dann sehen wir uns eigentlich in der neuen Aufnahme wieder! Wir ziehen jetzt noch ein Level durch! Aber wir machen kurz eine Aufnahme-Pause, weil ich noch den Speicher checken muss! Und ja, ihr seht ja die Outtake! Also dann, bis zum nächsten Mal! Tschau! Bis gleich! Tschau! Tschüss! Tschau! Das ist... Tschau!